Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gallenvari Personal Training. Heute mit meinen Januar Favoriten. Ich habe viele Kleider und es geht nicht so in sportlich. Aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch trotzdem. Darum fangen wir gleich an. Viel Spass! So, dass wir gleich mit dem Sportlichen anfangen, habe ich zuerst zwei Sachen für alle Schwimmbegeisterten. Wahrscheinlich kennt ihr diese Sachen schon. Aber für jemanden, der neu anfangen zu schwimmen, ist es vielleicht ein Tipp wert. Also, wir haben als erstes Ohrenstöpsel. Und zwar aus diesem Grund, dass wir immer, immer, immer Wasser in die Ohren kommen und drin bleiben. Und zwar für mindestens 24 Stunden. Und ich habe mich fast die Schraube gemacht am Anfang. Aus diesem Grund habe ich mir diese genialen Ohrenstöpsel gekauft. Und ich zeige es euch gerade. Sie sehen so aus. Ähm, ich weiss nicht, sie sind gerade von Speedo. Ich habe sie im Ochsnerspor gekauft. Und, hallo? Und der grosse Vorteil ist, ähm, sie sind relativ einfach zum Eintun. Das, was mich aber ein wenig gestört hat, ist, ich schwimme ja auch unter Richtern im Schwimmen. Und schwimme gleichzeitig. Und dadurch muss ich es immer wieder Eintun und rausnehmen. Weil man gehört wirklich beinahe nichts, wenn man es drin hat. Und dadurch, dass es so silikon ist, tut das auch weh mit der Zeit. Also, wenn ihr die habt, ich würde euch empfehlen, es einfach drin zu lassen. Für mich ein grosser Vorteil war auch einfach, dass es Ruhe ist. Also, ihr seid komplett fokussiert und konzentriert, wenn ihr die drin habt. Einfach, weil ihr alle die Geräusche rundherum nicht mitbekommt. Die Welle nicht gehört, weil die einen haben das vielleicht gerne. Aber ich habe gemerkt, mir hat es wirklich geholfen, mich auf meinen Schwimmstil zu konzentrieren. Dann, was hier mit einem hergeht, ich zeige es euch einfach, weil ich es gerade miteinander gekauft habe, ist die Nasenklammer. Ich persönlich komme noch nicht so die Schlage mit ihr. Ups. So sieht die aus. Sie ist sehr handlich, sehr klein. Gibt es bei uns, ich mache es noch Sport. Das ist irgendwie für 9.90 Franken oder irgend so. Es ist wirklich kein Vermögen. Ähm. Dann, gehen wir gleich noch sportlich weiter. Und zwar. Wenn ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind wir am Fisherman Strongman ran gewesen. In Lesens. Und es gab so eine Finisher-Kappe. Hier noch etwas hinten drauf. Und ich finde es so genial. Ich weiss, man kann es nicht kaufen, aber es ist trotzdem ein Favorit von mir. Und zwar aus dem Grund, weil mich... Also nein, nicht mich nerven, das ist gemein gesagt. Aber man bekommt immer ein T-Shirt rüber. Und seien wir ehrlich, meistens sieht die nicht so genial aus. Und gerade bei der Farbe-Wall fragt mich schon, wer darüber entschieden hat. Und ich finde es so genial, eine Mütze rüber zu kommen. Weil das kann man brauchen. Oder ich kann es zumindest brauchen. Ich finde es genial beim Sport. Und ich habe auch Freude. Danke vielmals. Dann haben wir... So, es geht langsam schon zu Ende mit den Sportsachen. Ähm. Mein Favorit, habt ihr auch ein paar wahrscheinlich schon gesehen, sind diese Hosen. Ich hoffe, man sieht es. So. Ähm. Es sind Hosen vom Tally. Ich kaufe fast nur noch Jeans im Tally. Ähm. Aufgrund des Schnitts. Ich bin mega begeistert. Und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis mega. Das, was mir so gefällt an diesen Hosen, ist einfach, dass sie Statement-Hosen sind. Dass sie etwas darstellen. Kann man das sagen, dass sie etwas darstellen? Ja. Ich mag etwas Sachen, die... Ich weiss auch nicht, die vielleicht nicht jeder anliegt. Ich war früher noch viel, viel, viel experimentierfreudiger. Und jetzt habe ich eigentlich eher das Gefühl, ich bin etwas normal geworden, was das anbelangt. Aber ich würde eigentlich sehr gerne wieder, ähm, auf diese Schiene aufspringen. Jetzt habe ich gerade gemerkt. Ich schaue, sie sind gefühlte... Nein, nicht, sie sind gefühlte. Sind sie 5 Minuten in diese Richtung. Obwohl ihr eigentlich da seid. Entschuldigung. Also, was ich ja sagen wollte, ist. Was mir noch gefällt, ist der Hosenabschluss. Ich habe eigentlich am Anfang, wo das in den Moden kam, ich hatte immer so ein Gefühl, ich weiss nicht so recht. Vor allem hat es eine Söte gehabt, weil sie wirklich voll verschnitten waren. Sie sind es, das hat mir nicht so gefallen. Und mit dem kommt es relativ gut klar. Dann, nächst, bevor ich es vergesse, ist meine Federn. Ähm, ich habe die vor nicht ganz zwei Jahren in Ibiza gekauft. Und habe die dort einmachen lassen. Und habe sie dann ziemlich lange drinnen gehabt. Es hat 3 Stück da, wie man sieht. Ähm, und habe sie dann rausgenommen. Weil sie hat wie so eine Plakette drin und das wächst raus. Und ja, je länger man es halt drin hat, ist wie bei Extensions, desto mühsamer wird es. Auch mit Strahlung und so. Darum habe ich es rausgenommen. Ich hatte auch so eine Ersatzplakette. Und ähm, Janik hat mir gestern geholfen, das Ding wieder einzumachen. Ja, wir haben es geschafft, ich habe es jetzt drinnen. Ähm, und ich habe aufgeregt. Weil wir gehen morgen, ähm, zurück zu meinem Geburtsort nach Hongkong. Und nachher noch in die Strandferien auf Thailand. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, das ist so summer, so beachy. Ich mache es wieder rein. Ähm, das einzige Problem, das sich da, ähm, angewärmt, ist, die einen Federn, die jetzt so etwas türkis erscheint, die war ausbleich gewesen. Und darum habe ich gestern das Gefühl gehabt, ich mache sie mit blauem Leuchtstift an. Also drückt mir die Daumen, dass sie es hält. Und sonst, ja, ich glaube, ich bin ja nicht blau. So viele Leuchtstifte ist es nicht. Gut, das zu dem. Dann, etwas zweites, auch bevor ich es vergessen, ist, dieser Stil hier. Also, ähm, irgendwelche Sport leggings sonst. Das sind jetzt normale. Ich glaube, auch aus dem Telly sogar. Und ein Shirt mit diesem Knopf. Und ich sehe so viele momentan, die diesen Stil so tragen. Ähm, im Fitness. Also nicht bei uns im Fitness, aber so in Amerika. Und bei diesen Stars. Ähm, und mir gefällt das. Uh, ich finde das auch toll, so oben so etwas hang loose. Und ich habe eh immer Leggings an. Von daher, ja, ich finde das auch eine gute Kombi. Wobei, eben, bei uns kann man nicht so rumlaufen oder zumindest bei diesen Temperaturen nicht. Aber, ähm, im Sommer ist das vielleicht ein Thema. Einfach aufgepasst Camel Toe. Dann, nächste. Ähm, wo gehen wir weiter? Ganz basic. Ein... V-Ausschnitt-Pullover. Ich hoffe, man erkennt das überhaupt da. Weil er so schwarz ist. Ähm, ich suche seit Ewigkeiten einen V-Ausschnitt-Pullover. Und es scheint nicht Mode zu sein. Aber wisst ihr was? Es ist mir scheissegal, wenn ich einen V-Ausschnitt-Pullover will. Dann komme ich auch zu diesem. Zalando hat, ähm, wie immer die Lösung. Der ist von Zalando Essentials. Gibt es in allen Farben. Ähm, super angenehm zum Tragen. Yay! Dann, nächstes. Ausverkauf. Handel. Wie gesagt, Thailand, Ferien. Ähm, ich weiss nicht, wie begeistert das ich von diesem bin. Aber, für sieben St. habe ich gedacht, äh, das ist schlimmer zu. Es ist ein Kleidchen. Nicht sonderlich lang. Also, es ist so etwas knielang. Und, es ist Oliven. In diesem Grobstrick. Wenn man das erkennen kann, ja. Und es ist hinten, naja, nicht tief runtergeschnitten. Aber, ich kann mir noch vorstellen, dass das über das Bikini, irgendwie zum schnell über den Mittag etwas essen gehen kann, ähm, super ist. Weiter. Auch. Ausverkauf. Handel. Ähm, sieben Franken. Ebenfalls. Das Ding. Ich habe mich so verliebt in das. Und ich hoffe wirklich, ich werde es anhaben. Ich bin aber der Typ, der das Gefühl hat nachher in den Ferien, ach komm, ich schmeisse einfach so ein Schlabbert-T-Shirt rüber. Und vorher hat man doch immer so den Plan, ach, ich nehme das Kleidchen und dieses Kleidchen und jenes und sowieso. Und ich mache das alles mega stylisch mit Schmuck. Ich sage euch. Ich nehme auch jetzt mit zwei Wochen Schmuck mit. Ich habe nie Schmuck gehabt in den Ferien. Abgesehen von den Sachen, die ich nicht abziehen kann. Und ich bin eigentlich höchst selten. Mit hohen Schuhen oder mit irgendwelchen Kleidchen oder was auch immer. Ich nehme es das mal wieder vor. Aber ähm, ja, ich kenne mich. Ich habe genau irgendwie zwei, drei paar Schlabbersachen dabei. Und ich will genau diese zwei, drei Teile für zwei Wochen lang tragen. Aber drückt mir die Daumen. Und darum habe ich das gekauft. Uh, herzig! Ähm, es ist beim Kragen ein bisschen... Nicht eng, es ist nicht eng. Es ist wirklich angenehm, um zu tragen. Und den Stoff ziehen wir das mal ein. So wäre es normal, ich könnte das Teil... Also es ist wirklich mega angenehm. Ich finde es noch schön mit dem eingeschnittenen hier. Wobei ich immer etwas unsicher bin, was der BH anbelangt. Ich habe es nicht gerne, wenn man die Träger sieht. Und es ist so knapp über dem Bauchnabel, wo es endet. Und, wie gesagt, ich hoffe, ich werde es tragen. Dann! Zum nächsten Kleidungsstück. Ähm, ich bin eigentlich nicht sonderlich stolz darauf. Ich weiss, man geht nicht im Primark shoppen. Und ich habe euch diese vergessen zu zeigen im Dezember. Aber, ich muss euch die zeigen. Ich habe es im Dezember gekauft eigentlich. Es sind Dreiviertelhosen. Auch bei der Grobstrick in Grau. Und jetzt ist es aber so, sie sind unten durch. Genauso breit wie oben. Ähm, es hat vor etwa einem Jahr im Bershka genau so eine Hose gehabt. Und ich, hm, habe gedacht, hm, ich habe mich zwar voll verliebt, aber ich kaufe es nicht. Weil ich habe es nachher eh nicht an. Und nachher, kennt ihr den Moment, wo ihr zuhause seid und denkt, ich hätte es nehmen sollen. Und das Problem war, wir waren in Sardinien in den Ferien und sind dort in Bershka. Jedenfalls zurück in die Schweiz. Und ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Ich habe es wirklich ständig im Kopf gehabt und es hat es nicht mehr gegeben. Ich habe jeden Online-Shop abgesucht. Ob es irgend sonst von einer Marke so etwas gibt, hätte es es nicht gegeben. Und tatsächlich, der Primark hat es heute. Sie sind mega bei QM. Ich hoffe schwer, ich werde es anhaben. Drückt mir nach wie vor. Daumen. Dann! Nächste. Auch! Also nicht auch. Mal auch wie ganz vorne. Zalando. Ähm. Viele von euch kennen die Marke von mir von Sportkleider. Sie ist von Even&Ad. Viele Leute haben mich schon auf die Schuhe angesprochen. Ich war schon an einem Geschäftsmeeting mit ihnen. Und habe noch ein Bild in den Instastories veröffentlicht. Und so viele Leute sind auf die Schuhe aufmerksam geworden. Sie sind ein Hammer! Ähm. Wie ihr seht. Sie sind spitzig. Und hier hinten. Ähm. Wie nennt man das? Offen. Und sie sind relativ bequem. Also ich würde es nicht einen Tag lang anhaben. Aber für einen Abend voll okay. Ich müsse nicht tanzen damit. Aber. Um gut zu nachdessen, wo man sitzen kann, gehen sie noch immer. Dann. Nächste. Ähm. Auch wieder. Handem. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen. Ich weiss nicht so genau was es ist. Ähm. Ich persönlich träge es als Bikini-Oberteil. Es könnte aber auch ein BH sein. Ähm. Also nein. Nicht ein BH. Aber so ein Töppli. Es hat das Material. Es ist wie ein Bikini. Aber es hat eben nur noch ein Style gehabt. Und es hat nicht mehr alle Zettel dran gehabt. Und dadurch bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Bikini ist. Ähm. Ich suche seit einer Ewigkeit. Es hat momentan vor allem in Australien. So ein bisschen den Trend mit diesen. Ja. Es sind so Töppli. Wo aber da noch ein bisschen weiter ausgeschnitten sind. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie ein Triangel-Bikini. Aber eben doch keins. Ähm. Und das kommt recht nah an das Annen. Und darum habe ich das gekauft. Dann. Passend dazu. Braucht es ja noch ein Häuschen. Jetzt wird es spannend. Und zwar. Und zwar. habe ich. So ein Basic-Häuschen gehabt. Vom Handen. Das Ding ist. Ähm. Die kennen ihr sicher. Das sind die, die man auf die Seite so bindet. Ähm. Nicht, dass ich ein Problem mit dem habe. Aber ich finde immer das dreht so ein bisschen auf. Irgendwie hat es da so viel Gedünnes. Und das sieht einfach komisch aus. Ich bin nie so klar gekommen mit den Knöpfen auf der Seite. Ähm. Und darum habe ich mir gedacht. Ich schneide das einfach alles ab und nehme mir mein eigenes Bikini. Und ich habe diese beiden... oder ja, es waren zwei Schniere dann. Ich habe sie genannt und habe sie einfach neu angenäht. Und das Endresultat sieht so aus. Wir haben jetzt einfach auf beiden Seiten so eine Doppelbahn-Schiene, wie man es auch immer lernen will. Und der grosse Vorteil ist, man kann es auseinander tragen, also dass man wirklich die beiden Bahnen sieht. Oder man kann es so ein bisschen zusammenschieben und dann sieht es einfach aus, als wäre es ein Stoffstück. Und als ich das genäht habe, ich habe sonst noch ein paar Sachen gehört und habe ich nicht gemerkt. Es macht mir noch recht Spass, so ein bisschen Bikinis umzudesignen. Ich bin eigentlich nicht so ein kreativer Kopf, aber ich hatte das Gefühl, das ist mir eigentlich wirklich noch gelungen. Und ich habe noch so ein bisschen... Ähm... Nicht... Ich habe mal auch Perlen und so ein bisschen ähm... Wie sagen wir denn? Das Zeug, das man nachleben kann... Wie so ein Mosaik-Steinchen eigentlich... Ähm... ...gefunden. Und ich habe gedacht, wenn ich wieder zurück bin vor der Ferien, nehme ich alle meine alten Bikinis zu führen und die ein bisschen aufpippen. Dann kommen wir noch zum... Essenstechnischen. Ich habe mir da zwei Sachen bereit gemacht, einfach, dass Sie es nicht vergessen. Ähm... Das eine ist, ähm... Der Sushi, es hat aber gar nichts... Also, wohl, es hat schon etwas mit dem, aber nicht mit dem Gläschen. Ähm... Und zwar wollte ich allen den Tipp geben, der in der Nähe von mir wohnt. Es gibt in Ruti, ähm... In Mert-Ecken. Ein Sushi-Restaurant. Es heisst, soviel es mir ist, Sisters. Sisters irgendwas. Sisters Thai oder nur Sisters. Irgendwo. Jedenfalls in Mert-Ecken. Und ich sage euch, die haben ultimative Sushi. Eben für Veggie, eben für Leute, die Fisch essen. Das spielt absolut keine Rolle. Sie haben auch Thai, weil wir Sushi nicht kennen. Und es ist preislich. Sowas von genial. Wirklich. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist da Oberhammer. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und dann als letztes... Ähm... Leere Mais-Dose. Und zwar aus dem Grund... Ich habe in letzter Zeit so viel Mais-Suppe gemacht. Ich weiss nicht, ich bin wie wieder auf das Rezept gestossen. Ich habe es früher schon sehr oft gemacht. Und dachte, ich darf euch das Jahr nicht vorenthalten. Es ist ganz einfach. Es ist wirklich... Wenn ihr Mais gerne habt, ihr werdet das Rezept lieben. Es ist auf... Es ist so etwas... In Asien isst man das vor allem oft. Und es ist... Wirklich. Da bin ich sicher. Ihr nehmt eine Dose Mais. Die Hälfte davon püriert ihr. Die andere Hälfte lassen die Mais ein Stückchen so wiss sein. Dann lehrt ihr beide es in eine Pfanne. Fünf Deziliter Wasser dazu. Und ein bisschen Bouillon. Kochet ihr das Ganze auf. Dann kommt noch etwas Sojasauce dazu. Wenn ihr mögt noch etwas Fischsauce. Und könnt ihr es natürlich noch etwas abschmecken, wenn ihr mögt. Und nachher kommt ein Ei rein. Das Ei müsst ihr relativ schnell verquirlen. Weil es gibt nachher wie so ein Stückchen. Wenn ihr mal beim Asiaten Mais-Suppe gehabt habt, wisst ihr genau von was ich spreche. Es gibt so ein Stückchen. Dann... Dann... Nebenzu... In einem Gläschen... Ein bisschen Meizena mit Wasser anrühren. Und das rein, damit das Ganze eine Konsistenz bekommt. Und that's it. Hey, ich sage euch. Probiert diese Suppe aus. Und gebt mir Bescheid. Ihr werdet hell begeistert sein. So. Das ist es gewesen. Ich hoffe, ich habe noch alles gedacht. Ähm... Ich bin ab morgen weg. Also... Je nachdem, wenn ihr das Video seht. Mein Plan ist es auch dort etwas zu filmen. Ähm... Dass ihr etwas mitbekommt. Vielleicht habe ich dort auch noch etwas mehr Zeit, um eben auch so etwas informative Videos zu machen. Ich muss mal schauen. Aber ich möchte die Ferien sicher geniessen. Und... Ich denke nicht, dass ihr zu kurz kommt. Also... Ich wünsche euch alles, alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Und hebt euch Sorg. Tschüss. 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 Koala ein propia. Gesamt. 때문에, die特別です. 築f. Tönenald